Hey Leute, ich habe jetzt einen Discord, der viele lustige und coole Funktionen hat. Man kann zum einen Musik hören, mit Freunden schreiben oder auch chillig mit Leuten im Voice Channel reden. Der Link ist in der Beschreibung. Guten Morgen, guten Tag und Herzliches Willkommen. Wir machen heute hier das ägyptische Thema. Wir müssen ja nämlich schauen, dass wir einen ägyptischen Baustil haben, weil, wie würdet ihr denn Ägypten dementsprechend hier darstellen? Pyramide, oder? Nein, Pyramide! Ja, was sonst? Alles klar, meine Idee wurde geklaut. Ja klar, ich glaube, jeder will so eine Pyramide bauen, eigentlich. Ich baue keine Pyramide. Echt? Ich baue eine Pyramide, Pyramide. Du brauchst eine Pyramide, das ist einfach so eine ungedrehte Pyramide, ne? Das baue ich jetzt wirklich. Ja, ich baue ich zwei. Ja. Wir bauen zwei Pyramiden. Ja, was machst du dann? Die aufeinander stehen. Oh, Ronja, das ist nicht cool. Rissentheit. Nein, Krankheit, Ronja. Krankheit. Haha, Krankheit. Ha, schuld. So, das, das, das. Wie baut man denn das? Wie sieht denn das aus? Wie sieht die Pyramide aus? Ähm, lustig. Aber ich weiß, wie das aussehen soll. Nein, weißt du nicht, Florian. Ich glaube nicht, dass du wirklich weißt, wie das aussieht. Weiß man überhaupt, wie was aussehen soll? Eigentlich schon, ja. Will ich gewinnen, oder soll ich Toops gewinnen lassen? Äh, 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 äh. Ich überlege gerade, ob ich wirklich was Ernsthaftes bauen soll, oder? Ach Florian, du kannst ... Das hast du ja keine Chance. Ja, wow. Ja, genau, das hast du keine Chance, mimi-mimi. Ja, das ist schon ein bisschen unfair, sonst eigentlich. Ich glaube aber, alter ich meine, fertig, einfach ein C heaven or Roblox. alle bei den bierendetektor sagt das rohboxen virus ist sicher ja warum was ich nicht warum was bei dir so keine ahnung und er hat wahrscheinlich im hintergrund irgendwie etwas dass die katzen wieder komplett ausrasten und einfach alles umschmeißen nicht so glücklich drüber das so und das schmeißt sie sich an die tür an und sagt hey aber bis irgendjemand rein lässt nein doch willst du mal aus die raum ja ich hatte schon mehr also ich würde ich will gucken du hattest schummel ist ein lustiges haustier muss aber noch ein bisschen stuben rein werden er hat da nämlich dementsprechend immer probleme aus welchem blockbar dir sand sand steunen nach roter sand ich baue das endportal ich nehme ein beispiel tubs und teamkameraden ich glaube ich habe wenn es wird ich würde so nie tubs ja was ist los tubs was ist los johann tubs ich weiß gar nicht warum meine katze jetzt nach mir hat jetzt die tür offen denn es ist eigentlich gar nicht so schlecht aus actually sicher johann ja doch ist das richtig kackert dachte ich mir nicht auch gerade johann egal ich muss irgendwie den kopf ja egal richtig eklig ich baue grad tubsen gesicht ich bin auch nicht unbedingt stolz auf meinen pyramiden zeug und generell so auf den ganzen kack das leben meinst du ja noch nie eine pyramide baut actually haben wir nicht ganz früh floh haben wir nicht ganz früh so eine urgroße pyramide baust ganz früher aus cobblestone aber in der wüste auch aber eine riesen welt gehabt haben früher habe ich auch so als ich habe früher mal so 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 ganz früher wo ich angefangen habe wenn ich auf irgendwelchen server habe da angefangen pyramide zu bauen im gar so extrem hässlich aus aber ich war stolz drauf war meine pyramide mein haus in dem mittel auf der street oh man ich habe hier nur so doofes zeug meins ist auch nicht schön tubsen ja aber das ist ja bei dir johann das ist ja bei dir kein wunder weißt du so tatsächlich ich baue zu langsam ja ich glaube auch ich glaube ich baue auch ich glaube irgendwer hätte richtig ausrasten ja ich glaube ich glaube ich glaube der war vorhin irgendwie einer der hat so gut luck geschrieben der war irgendwie professionell ja der ist der ist der ist der jetzt genau der sagt ja viel glück gegen mich zu gewinnen keine chance ja so ja der ist müsste ich eigentlich sagen weil ich bin wirklich so ein bies weißt du ich bin ich muss jetzt ein bild rausholen ja ja das ist wenigstens siehst du es ein ich habe noch nie glaube ich habe gewusst dass ab der ab der gewusst dass sand schwebt immer nicht so schön was ist johann habt gewusst dass sand schwebt ja das ist ganz selten also passiert mir in real life öfters auch mal also das war eine ganz lustige geschichte neulich habe ich ein bisschen sandkuchen gemacht und dann ist er mir eigentlich runtergefallen aber dann ist er in der Luft geblieben? oh my god das war lustige geschichte schon wieder ja heftig alter ne weißt du vonja es ist dir eigentlich schon mal aufgefallen dass wenn du den Toast beschmiert mit Butter oder sowas dass immer die beschmierte seite runterfällt aber das weiß jeder halt bei mir nicht ja und die Katzen landen ja auf vier beinern aber was ist wenn du einen Toast der beschmiert ist auf dem rücken von der Katze machst ist das wenn du die Katze nimmst dass das so eine endlos spirale ist und genau deswegen rede ich nicht mehr mit dir ich glaube schon aber oder? ja ne heftig alter wenn du drüber nachdenkst ich meine das sind solche sachen da denken die meisten leute nicht drüber nach weißt du warum? ja weil die meisten leute normal denken hä? vonja willst du mich jetzt beleidigen oder was? da habe ich mir auch noch nie drüber gedanken gemacht ja aber Flo stimmt das ist eigentlich nicht aber ich schade gell? ist so eine endlos spirale finde ich zumindest ich meine ey vielleicht vielleicht ist das der weg wie man durch die Zeit reisen kann und Thanos beziehen kann genau das ist dann das perfekte das ist ein perfekter Plan weißt du weil man muss ja auch schauen ich gebe dir mir schon eine richtig dicke ägyptische Hose die haben ja so richtige und äh zack 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 hier kommt das so dran das sieht schon sehr kaktus mäßig aus hier weil äh hat das so gut darstellen können weil warum auch nicht ne Ronja Ronja ne das ist ganz wichtig dass man das auch gut darstellen kann also für die Zeit da würden die leute sagen oh mein gott für die Zeit hier sechs sätzen und so weiter ich probier jetzt einfach mal so 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 die Sphinx zu mal das sagen die bei mir auch in der Port ich habe auch die Sphinx probier keine Sphinx Tops probier es nicht das ist so schwer ja aber ich kann es ja mal probieren ich habe es auch probiert aber ich weiß nicht ob es cool aussieht actually Island Kno mein Freund wenn ich sag das Flo selber sagt das Flo nur so und baut selbst ne Sphinx ich hab schon ne Sphinx aber die sieht nicht so gut aus mein auch nicht gab es nicht eigentlich mal eine Yu-Gi-Oh Karte so eine Sphinx ja ne soja bei Yu-Gi-Oh war das immer so ägyptisch angehalten Sly for the Himmels Drache nein hier zu rollieren Leute es gab die ägyptischen Götter Karten aber ne 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 oh mein gott das zweite was ich jetzt gerade baue sie tausend besser als das erste sooo ich hätte die Sphinx nicht anfangen sollen das hier sieht so viel besser aus ich habe dir Sponsor bau einfach drauf los hier bau einfach was dein Herz begehrt weißt du hab ich auch probiert aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Bauwerk also wirklich find's wirklich schön sicher Ronja wirklich auf jeden Fall ok ich muss jetzt dasselbe noch mal auf die andere Seite gruppieren dass ich zwei Statuen hab ähhhh hey passt das schon bei mir oh mein gott oh mein gott das wird richtig schwer das darzustellen uuhuhuhu Tops wie läuft's bei dir äh ja kacke ach Tops ist nicht so negativ doch ist aber wirklich so verdammt ne schade gib ich den superfuck lol warte mal es sieht actually uuhuhu das sieht nicht bad aus was geht eigentlich das geht eigentlich ich bin mit meins geht eigentlich grad sieht nicht bad aus aber sieht auch nicht gut aus romantik gut aus weißt du man muss ein bisschen gut zu sich selber sagen ja ich bin gut zu sich selber ja genau das hätte ich nicht die Augen von der Sphinx machen sollen meins ist eins wo die Leute sagen werden wow 10 Minuten hat die dafür gebraucht ha aber in Wirklichkeit äh fliege ich hier nur rum warte kann man das hier vielleicht so machen ich glaub das sieht so besser aus wenn ich das so mache so das sollen die Ohren hier drübe sein das ist schon man ich glaub wenn ich das so mache ist das besser zu erkennen oder wenn ich das so mache tops nicht zu laut alles gut ich mach jetzt richtig viele bildschirn hier die die den hier anbeten ich glaub das kommt gut ah das ist ja gut ja danke ich mach jetzt schon hab ich mir gut überlegt wo ist denn hier die komische Und eigentlich bin ich fertig es geht eigentlich ja nicht mehr bestes werk aber es geht es So was würde ich in meinem Leben nie fabrizieren doch das ist deins Das klingt okay finde ich also hat es okay von mir Das Gesicht von meiner Sphinx sieht richtig komisch aus Was ist das? Das ist leider irgendwie so schwer Ich weiß aber keine Ahnung Das Gesicht ist richtig schwer zu kriegen Dein ist wenigstens in der Kette Es geht eigentlich Ja es ist richtig schwer die Augen sind richtig unheimlich aus Was ist das? Was ist das? So ein Po Also okay Alles gar nicht schlechte Idee finde ich wirklich gut Es geht okay Ja gut ja Ja aber die Pyramide ist leer Ja die Pyramide muss ja auch nicht unbedingt Aber ich habe wenigstens Landschaft drin gehabt ja Aber Flo hat bestimmt seine Pyramide ausgebaut deswegen Ich habe nicht mal eine Pyramide gebaut Nicht? Nö Ich habe auch keine Charakterien Ja Was zur Hölle ist das? Oh das ist geil Das ist richtig gut Ja 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 Oh Leute Das gebe ich legendär Ich gebe epic Nein das ist ein okay Das ist ein okay Das ist ein okay Nein das ist wirklich nice Ich muss echt ein gut geben Das bestimmt für diesen professionell Typen Ich habe auch gut gegeben aber Ey wie der heißt der kennt das hier so nach Wisst ihr was hier der Kleopata Wie der gerade einfällt Nein wie ein Bauer Dass ich Hunger habe Ah nö das war ein anderer Das fällt mir gerade wieder ein Aber das ist richtig nice gemacht Ja das sieht richtig Nudel Oh mein Gott Aber Ja aber wie willst du die Muskeln anders machen Einfach gar nicht Im hautfarbigen Dings Ah Ah Das geht eigentlich Das ist Ronja Ears Das ist safe Ronja Ears Das ist safe Ronja Ears Das ist auch meins Das sieht einfach aus wie Als ob jemand's hingekackt hat Das sind Pyramiden Das sind die Häuschen Das sind die Häuschen von den Swings Ja Ja das sind Ich bin echt gespannt auf Topsans Ich bin auch gespannt auf Topsans Ja Oh lol Ja da kann man sogar Oh du wirst du was Tops gemacht hat Tops deine Pyramide ist irgendwie ein bisschen flach Deine Kakteen sind gut Deine Pyramide finde ich nicht so gut Du bist echt NPCs Ja Die Kakteen sind echt geil Das geht gut Wirklich Actually gut Es ist einfach Es finde ich gut Ich gebe dir auch ein gut Ja die Swings habe ich probiert irgendwie gut hinzukriegen Aber es ist ein bisschen schwer Ah die Swings ist leider überhaupt nicht gut geworden Ne aber die Kakteen haben es gerissen für mich Das ist noch schlechter als meins Womis ist Nacht Das ist echt noch schlechter das Ronja Ears Ja Super Kacke Was ist das Der hat nur einen Haufen Und der hat irgendein Schachfest Der hat nur einen Haufen Ein Schachfeld Der wollte dieses Dings machen Diesen Pharonendings Das sind die Pharonendings Das sind Leute die Das ist hoch eben da Du meinst die diese komische Ich habe keine Ahnung wie man die nennt Äh Oh la lass sie cool aus Hauptsache die Binnencher laufen weg Weißt du da gebe ich mir noch Mühe Damit die alle in die richtige Richtung gucken Und laufen die einfach rum Naja Naja Ja Die Arbeiter Es kriegt n 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 Okay Ja Das ist die Dänen Das ist der Das ist der Das ist der Jawohl Das ist der Jeden Tag Das gibt's dir nicht alleine Der hat jemand mitgeschmuggelt Das gibt n Ich habe Episch gegeben Iris Ja Das ist insane Ja, ich bin Fünfter. Ich bin nicht mehr mad, dass ich verloren habe oder so. Was bist du, Flo? Was bist du, Flo? Ich bin dritter Fünfter. Ich bin Fünfter, ich bin Fünfter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schlaft schön. Schlaft schön. Tschüss. Tschau. Tschau.